Der Strom kommt aus dem Netz und geht ins Elektroauto. Das kennt jeder. Aber was ist eigentlich Vehicle to Grid? Vehicle to Grid heißt, das Elektroauto intelligent mit dem Netz zu verbinden und dabei nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch Geld zu verdienen. Also tatsächlich mit meinem ersten, einzigen Elektroauto könnte ich Geld verdienen? Ja, ich verbinde das Elektroauto mit meinem Haus, mit der Solaranlage, lade es am Tag mit der Sonne und entlade es am Abend, um damit mein Licht und meinen Stromverbrauch zu decken. Und das funktioniert nur mit Elektroautos mit, wie man hier sieht, Rädern? Nein, das funktioniert auch in der Zweitnutzung noch. Das haben wir heute schon bewiesen, dass ich diese Elektroautos nicht nur meinem Haus zur Verfügung stelle, sondern im gesamten Energiesystem. Wir haben 3000 Batterien im Einsatz und haben damit 1100 Euro pro Batterie letztes Jahr verdient. Das heißt Zero Zero, Zero Emissions und Zero Cost. Wir werden in Zukunft umsonst Elektroautos fahren. Das heißt die Elektromobilität bewegt uns, ohne uns zu bewegen. Wir werden in Zukunft umsonstet eingebunden. Wir werden in Zukunft umsonstet, aber wir werden in Zukunft umsonstet. Und das heißt die Elektroautos sind in Zukunft umsonstet. Mit ihr über den Kontrollen gelegen und auf einem Gaspen braucht. Wir werden in Zukunft umsonstet kommen, mit der Betriebe. Und das ist umsonstet mehr, umsonstet mehr Leben mit einem neuen Zentrum. Untertitelung des ZDF, 2020